Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ich befinde mich, wie man uns schwer erkennen kann, auf dem Balkon und ich wollte mit euch heute Kartoffeln ernten. Ja, ganz genau richtig gehört, Kartoffeln habe ich hier bei mir auf dem Balkon angebaut und zwar hier rechts neben mir in diesem Paul-Potato-Kartoffelturm mit den, ja, zwölf Kiepenkerl-Kartoffeln, die ich vor etwa 100 Tagen reingelegt habe. Die meisten Sorten brauchen ungefähr 100 Tage. Ich blende euch auch nochmal die ganzen Sorten ein oder beziehungsweise nenne die auch nochmal unten in der Videobeschreibung und jetzt hoffe ich mal, dass ich diese Schüssel hier, beziehungsweise diesen Pflanzkübel damit füllen kann. Einige Kartoffeln schauen auch raus, bin gespannt. Ich hoffe, dass bis unten hin reichlich drin ist. Das Laub, das habe ich jetzt vor drei Tagen schon mit der Schere entfernt. Das ist schon fast abgestorben gewesen und, ja, zur Ernte würde mich das hindern. Deswegen wühle ich jetzt gleich mit den Händen und nehme euch bei der Ernte mit. Ich würde sagen, den ersten Turm, beziehungsweise die erste Etage, nehmen wir gleich hier ab. Das ist auch das Praktische, sind hier momentan vier Etagen und jetzt geht's los. So wie man hier erkennen kann, ist schon die erste Kartoffel, die hat natürlich ordentlich Sonnenlicht bekommen. Die Kette nehme ich mal raus. Ah, hier ist schon was drin. Das Geniale an diesem Kübel ist ja halt, dass hier keine Laufkäfer reinkommen und dementsprechend keine Drahtwürmer in die Kartoffeln. Ja, viele sind grün, weil sie halt das Sonnenlicht abbekommen haben. Ich hatte leider wenig Zeit, hier anzuhäufeln, aber guckt euch mal die Oschis hier an, die sich entwickelt haben. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, dass der Kübel jetzt schon gar nicht mehr reichen wird. Ja, die erste Etage habe ich jetzt komplett abgeerntet. Und das ist das Ergebnis. Es sind jetzt richtig schöne Oschis dabei. Meine Hand im Vergleich. Und ich bin auf jeden Fall begeistert. Also hätte jetzt gar nicht so erwartet, dass aus diesem kleinen Teil hier, ich weiß gar nicht wie hoch das ist, vielleicht 25 Zentimeter höchstens, also so viele Kartoffeln rausgekommen sind. Und ich werde die jetzt auch mal eben wiegen. Ich wage es an. 1,9 Kilogramm, nicht schlecht. Und es sind auch ein paar Grüne dabei. Das liegt daran, weil die halt das ganz natürliche Sonnenlicht abbekommen haben. Die haben dann halt Solanin gebildet, ein Alkaloid. Und hier sieht man zum Beispiel mal eine, die werde ich natürlich nicht verzehren, sondern die werde ich dann halt für das nächste Jahr oder dieses Jahr benutzen für die nächste Pflanzaktion. Ja, für die erste Etage würde ich sagen, ist das ein ordentlicher Ertrag. Ja, und diese Etage, die lag ganz oben, hat dementsprechend auch am meisten Wasser bekommen. Ich muss mal gleich schauen, wie das bei den anderen Etagen aussieht. Ich musste teilweise bei 35 Grad auch drei, viermal am Tag beregnen bzw. gießen. Und für diejenigen, die halt, ja, arbeitsbedingt nicht ganz so viel Zeit haben, die sollten sich am besten halt, ja, eine Bewässerungsanlage installieren. Das klappt auch eigentlich ganz gut auf dem Balkon. Und ich würde sagen, jetzt kommt die nächste Etage dran. Auf jeden Fall wird der Kübel nicht ausreichen. Das sind 1,1 Kilogramm. Das ist der dritte Turm hier. Da ist die Erde schon sehr trocken. Also hier sieht man die erste Kartoffel, ordentlich braun und hier hängen schon die nächsten dran. Das ist schon genial. Das ist der dritte Punkt. Ja, ich denke, das ist der dritte Punkt. das noch wieder 1,1 kilo so und jetzt kommt die letzte und vierte etage dran kleine ein paar engerlinge vermutlich welche vom maikäfer oder juni käfer hier sind viele rum geflogen im maimonat und im juni die kommen natürlich erst mal zur seite die werde ich nicht töten und das sind ungefähr 700 gramm ganze 4,8 kilogramm konnte ich hier aus diesem poll potato turm rausholen beziehungsweise ernten für das allererste mal in so einem turm bin ich sehr zufrieden bislang habe ich meine kartoffeln immer im boden im garten angebaut das hat auch ganz gut geklappt der ertrag war super nur die meisten kartoffeln waren davon immer mit dem drahtwurm befallen und hier habe ich kein problem mit drahtwimmern weil auch keine laufkäfer auf dem balkon sich befinden und selbst diese drei engerlinge die ich in der dritten etage hier in diesem turm gefunden habe die haben keinen schaden verursacht also ich bin sehr zufrieden ich werde das substrat was jetzt hier noch drin ist auf jeden fall weiter benutzen das kommt also nicht in die tonne da werden jetzt einige kräuter einziehen wenn ihr frühkartoffeln in so einem turm angebaut hätte dann hättet ihr wahrscheinlich auch schon im juni oder anfang juli ernten können und dementsprechend noch andere kulturen die ein bisschen länger brauchen reinpflanzen können wie zum beispiel kohlrabien spitzkohl blumenkohl etc das werde ich auf jeden fall nächstes jahr noch mal machen mit frühkartoffeln und ich bin auf jeden fall begeistert für mich lohnt sich diese anschaffung auf jeden fall weil bei guter pflege gehe ich mal davon aus hält so ein turm locker zehn jahre um bei 40 bis 60 euro für so ein turm finde ich ist es noch vollkommen in ordnung das design sieht ganz schön aus natürlich könnte man auch ganz normale mörtelkübel oder irgendwelche senfeimer nehmen das sieht aber halt eher bescheiden aus und hier habe ich halt den vorteil ich kann einfach eine etage abnehmen und die wieder drauf setzen also gar kein problem ja 4,8 kilo ich weiß auf jeden fall was es heute und morgen zu essen gibt und ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch gerne einen daumen nach oben da alle infos zu dem turm zu den kartoffeln packe ich euch unten in die video beschreibung und ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüss leute und dann